Aufnahme starten Guten Morgen, Willkommen Zurück zu Sonic, ich presse einen Button Ich presse keinen Button Ich presse einen Button, aber es passiert nichts Ah Speichern geht Ah, jetzt habe ich den Falschbutton gepresst Ich bin mir nicht sicher, wo habe ich die Buttons belegt Nein, das ist Ah, die Turbotaste funktioniert noch, sehr gut Ah, was? Habe ich vielleicht, das könnte sein Moment Mach mal Ach, diese Technik Habe ich vielleicht einfach so die Controller umkonfiguriert Das könnte sein Ein Moment, jetzt ist mein Danke, dass du jetzt irgendwo Im Nirgendwo bist Wieso erkennst du denn jetzt die Button nicht an? Sag mal Willst du mich trollen oder was? Mega Master System Einen Moment Ein Trollerset, wieso sind die Buttons nicht mehr belegt? Ach komm schon Was ist das denn jetzt? Noch mehr Kabel beladen Button Belegung Ach richtig, der Finus Kontrolle wird ja nicht anerkannt davon Ein Moment Ein Moment So, warum auch immer die Buttons nicht mehr belegt Was ist denn das für uns? So, jetzt aber hoffe ich Jetzt geht's Das Spiel ist nicht lustig Habe ich Dings eingeschalten? Moment Habe ich Habe ich Ja, Aufnahme läuft Musik Passt auch, hoffe ich So, dieser blaue Balken So, dieser blaue Balken Ich habe das glaube ich schon beim letzten Mal gesagt So, ich geh einfach, tschüss Ich geh einfach Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert Ich hab keine Ahnung mehr, wie irgendwas funktioniert Äh, es ruckelt gerade Warum auch immer Mein Rechner kommt bei dieser harte Anforderung nicht klar Ja Nein Ich dachte ich schaff's noch drüber Hätte ich die mal Musterschilde berühren, weil Leckt nicht Ah, so mehr Hunger als Spiele wäre das lustig Ha Ich glaube ich muss AMX mal bannen Kommt hierher, beleidigt mich nur Spendet kein Geld Das geht so gar nicht Spendet gar nix Wenn ich spende, der fliegt Äh, ach, richtig gut, ja Benutze ich das Ding überhaupt? Das ist komplett nutzlos Und dann musste ich... Ne Moment, jetzt war eins zu früh Ach, das heißt hier unten Und dann durch diese offensichtliche unsichtbare Wand Äh, ups Ich hätte da... Kann ich ja nicht wissen Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt Außer damals, als ich es gespielt habe Ich bin jetzt nicht sicher, ob das an der guten Emulation oder an einem Brecher liegt Also es schuckelt hin und wieder Ich würde fast sagen, das liegt an der Konsole Und... Der Emulator ist so gut, dass er das mit emuliert Äh, ich meine natürlich Es liegt nur an der Konsole, die ich hier ganz original stehen habe Mit originalen Coolen Und... Natürlich nicht Ich bitte euch Sega Master System Ich könnte so die coolen Kinder Ich hatte einen super Nintendo Und Nintendo Ich glaube ich hätte noch einen landen können Weiß es nicht Hm... Kommt man da nicht heran irgendwie vielleicht Hm... 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 Und tschüss Ah... Und da soll ich irgendwann noch Speed ran Na Gott Können wir nicht irgendwas Lustiges Speed ran Irgendwas Einfaches Irgendwas, das Spaß macht Ich will jetzt nichts Dummes ein Dieses eine Spiel da, wo man zwei Wochen warten muss Bis man ein Item bekommt Deswegen der 100% Speed ran Irgendwo bei... Hm... Hm... 600 Stunden oder so Die glaube ich waren es 260 Ich weiß nicht mehr Der Run irgendwie aufgrund eines Soft Glitches Äh... Soft Glitches... Soft Locks das... Ja... Nie entfernt wurde aus dem Spiel Weil er nicht bekannt Wow Oh wow Wow Hm... Und dann Glitch drin war Den damals... Niemand gefunden hat Und... Muss auch wieder sein Und machst den Speed ran Der über 200 Stunden geht Und dann Soft Locks für dich irgendwie nach... Keine Ahnung Wow die... Ist das denn... Ich hoffe das... Das ist... Das ist... Was soll ich mein eigenes Jump ran machen Das können wir dann... Speed ran Ich dann erst dann das Anti Delfinius Speed ran... Äh... Jump ran... Ich hab keine Ahnung wie man Jump ran macht Ich hab auch keine Ahnung wie man ein Ziv Klon macht Das Ding eben noch nach oben bewegt Das sieht hier so wenig... Das ist nicht lustig Oh die Performance bei dieser Brücke ne... Bewegende Objekte konnte das Sega Masse System nur so bedingt gut Wie macht man denn so ein Spiel? Also wir brauchen ein Bewegungssystem Das ist jetzt nicht so der Akt Hm... Gut... Das kann man dann natürlich nicht... Nein ich möchte keine Bonus... 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 Oder möchte ich eine Bon... Ich bin ja noch gar nicht im Speed ran Modus Ich spiele ja nur normal... Ich... Ach das ist... Ich hab nicht das Gefühl dass diese Bonus Stage Spaß macht... Hm... Ja was brauchst du denn ein Bewegungssystem? Gut das musst du mit Flowster halt machen... Ein Stück mit den Tegern... Weil... Gut geht auch mit den Tegern... Aber dann halt ein bisschen scheiße... Ah... Ein Stage... Wobei... Hm... Aber ich muss jetzt erstmal meinen... Ziv-Klon bauen... Hm... Was soll das überhaupt sein? Eine Schnecke? Möchte kein Igel? Oh Gott... Oh Gott... Bewegende Objekte... Die kann doch das Sega Master System nicht... Uhhh... Weil das dann auch unten... Aber die Taste gibt's auch mal einen Sega Master... Den Controller gar nicht... Ich will mich auch direkt runterrutschen... Wie das Spiel Physik emuliert... Das ist ein Leben... Ich weiß nicht wie man da hin kommen soll... Aber hey... Ich wollte es mal erwähnt haben... Manchmal passen die Geräusche nicht... Manchmal passen die Geräusche einfach nicht... Das ist wieder eine Brücke... Eine Brücke... Eine Brücke... Die Brücke von Ahnhaken... Wass mal... Oh Gott... Wo sind die Deutschen die auf mich schießen? Moment... Ich hab die Brücke zerstört... Ich bin der Deutsche... Das ist doch nicht ein Nazi... Ich bin doch was heißem auf der Spur... Uh... Hallo Sega... Ihr guckt das zum Glück nicht... Sonst wird das... Oh diese Bonus-Stage... Die sind... Anstrengend... Die sind wirklich anstrengend... Leute... So sollte der Bonus-Stage nicht sein... Dass man das Gefühl hat... Dass die anstrengend ist... Ich mach mal das Continue hier... Ich hab ein Continue gefunden... Das war einer im Monitor den ich kaputt geschlagen habe... Ich bin mir nicht sicher... Was Sonic gegen Monitore hat... Aber... Ich glaube er hatte mal einen Büro-Job... Geht das Leben noch? Hab ich das Leben bekommen? Ja... Jetzt schon... Ah... Ich sehe doch... Wenn die Zeit abgelaufen ist... Wenn man noch nicht da ist... So bist du tot... Game over... Starte neu... Benutze Vaketen-Waffe... Schon wieder eine Brücke... Ich hab's vergessen... Ich hab's halt einfach mal vergessen... Hm... Ich fand das nochmal funktioniert... Das hat irgendwie ganz gut funktioniert... So wie ich's mach schonmal nicht... Da hat's nicht so gut funktioniert... Was? Ich war doch drüber... Ach komm... Erzähl mir doch nix... Ich dachte er käme hier raus... Aber er hatte sogar keinen Bock dazu... Game over... Geil... Bin ja weit gekommen... Wir haben ja noch Continuous... Skill kann ja jeder... Ich hab einfach Continuous... ...er... Ich hab's ja gewohle... Ja... Bei mir... Da hab ich da noch nie... ¿Find ich, woher? Und ich hab's ja gewohle... Ich hab's ja gewohle... Ich hab's ja gewohle... Ich hab das... Genauso nicht alle... Wir haben doch hier... Wir haben ja doch eine Zeit zu prühen... Verwohle... Wir haben ja wohle... Wir haben ja... das würde mal sterben dass man sterben verteidigt ja irgendwie problem hat das gewehr ist er deutsch wer ist jetzt der deutsche noch luftwaffe und fliegt damit weg mehr zu sagen ich glaube ich bin nicht der deutschen schade da konnte man stehen da habe ich mir ganz sicher stehen konnte alle spiele sind ja manchmal etwas problematisch angesichts hat der frage wo man stehen kann wurde ich noch mal weg zu tun ist wie ich glaube ich habe oben leben verpasst ich kann doch einfach hoch springen ja gut ich erinnere mich das viel schlimmere kommt ja noch was er will den final ist schon sehen oder ist er nicht da und ist anzugucken der arsch ja geil das habe ich natürlich perfekt sehen können ich würde auch irgendwann ein leben neues oder oh gott das ist jetzt ein bisschen scheiße spiel schön dass das rechtzeitig startet auch und so ja ja komm wow das ist eine richtig faire stelle wenn das ding so was ich habe doch continue was ist was ich hatte doch continues oder was hä das ist jetzt kaputt wieso habe ich jetzt wieder neu gestalten was soll denn der blödsinn was ist mein kontinuier ja danke dass du mich direkt in die stacheln bevor das spiel na geil da hatte ich wohl kein continue ok brauche ich auch gar nicht ja ja malvergumma ja 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 даль ja ja da Ich mach keinen Speed dran. Ich könnte auch die Bonuswelt nehmen. Ja, ja. Green Hill. Ich hatte auch mal einen Green Hill. Den hat die Polizei dann niedergebrannt. Sie nannten sich die Drogenpolizei. Die würden Drogen vernichten. Das wäre illegal, was ich da machen würde. Das wissen sie schon. So. Ich glaube, ich würde auch ein Spiel was Richtiges, wenn der Fino eh nicht kommt. Ja, kann man. Okay. Ich gehe bestimmt auf 4. Als er das letzte Mal 4 spielen wollte, konnte ich die Tasten nicht belegen. Das war lustig. Er hat mir dann angezeigt, er soll keine Taste drücken, um das Spiel zu starten. Nein! Also ich habe 2, 3, 3. Das heißt, wenn ich 2x4 lande, ging es auch schneller. Mist. Mist. Ja, das ist doch. Akt 3. Die Brücke von Arnheim. Das ist nicht vorbei, Deutscher. Was, wo du bist. Das ist definitiv ein Deutscher, der versucht mich. Was ist das hier, der Zweite Weltkrieg? Ich will mir den D-Day nach. Verstehe, verstehe. Oh Gott, bewegen nur Objekte. Was ist hier, das ist schon Arnheim? Ich gehe ganz schnell. Nur mal, Beach war gar nicht zu sehen. Moment. Arnheim war gar nicht heil. Das kommt ja nicht so, das kommt doch erst später. Bin ich jetzt blöd. Ich habe doch gesagt, ich soll das nicht hören. Oh, die Performance. Was zur Hölle. Performance. Die Performance. Hier. Das ist mal Call of Duty, bevor es Call of Duty gab. Also, okay. Ich habe immer Angst, dass ich da irgendwo runterfalle, weil... Ich traue dem Level-Designer so gar nicht. Also, Level-Designer. Was ist da unten? Was macht denn dieser Pistall überhaupt? Ich traue, dass wir das True End- Sama. Ist das wirklich am... Ding irgendwie, oder ist das... Ich gehe mal kurz gucken. Nee, also hier ist alles. Ich kann Super Nintendo-Spieler aufnehmen. Die können viel mehr Leistung alles. Das hier... Da oben ist nichts mehr. Das glaube ich. Das ist sehr gut. Bis zum nächsten Mal.